Und damit willkommen zurück zu It Takes Two. Zusammen mit der Buggy, wir sind... Moin! Ja, ich lass mal hi. Im Spielzimmer von der Kleine, von der Rosie? Rose? Das federt gar nicht. Beschiss. Physikbeschiss. Was ist das für ein gutes Kabel? Ja, lol, alter. Ich finde mir diese Stecker so lustig bei den Amis. Ja, die gucken mir so so. Was schmeckst du da an mich rein? Mit diesen drei Dingern. Ne, bei uns ist... Ne, dieses unteres hat eben die... Ja, was ist das denn eigentlich, das untere? Was ist das denn? Das ist die Artung. Wie ist das denn bei uns gelöst? Sind das denn diese Schnuppis da? Diese Metallklemmen da? Die klammern da, links und rechts. Ach, die klammern, okay. Alles klar. Sorry, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Deswegen ist es uns auch sicherer, weil... Okay. ...die Erdung bei uns als allererstes angeschlossen ist. Weil, ne, sobald du auch nur... Ah ja, stimmt, stimmt. ...ne Schneck an der Nähe bist, so zack ist geerdet. Oh Gott. Panzerbrüder. Okay. Wirfgranaten auf May. Oh, wirfgranaten auf Cody. Okay, ja, ja. Waffe aufladen. Okay. Hm. Ah, da verliere ich wieder. Naja, egal. Ach du... Oh, man kann auch... Okay. Du musst, ne, links-click gedrückt halten, da siehst du den Weißen. Ach so, muss ich hier auffahren? Was ist das denn? Auch wenn es nicht angezeigt wurde. Hallo? Aua. Ich sehe hier gar nicht durch. Ich bin in eine reingefahren. Spam, einfach nur spam. Nein. Oh, das war knapp. Gott. Gar nicht durchgesehen bei dem Ding, Alter. Ja, ich auch nicht mehr. Ich bin einfach nur... ...in die Old School. Panzerbrüder, ja, lass mal sein. Panzerknacker, ja. Ja, Lightshow, die absolut nichts macht. Wow. Ich auch. Sterne finde ich auch schön. Ich mach das mit der Hüfte, lol. Machst du das? Wow. Bam. Bam. Ach, anlassen? Ja, dann mach ich nochmal an. Aber was gibt's hier? Lol. Lol. Siehst du das bei mir? Ach, du bist da oben. Ach Gott. Ja, warte. Dann muss ich erst mal... Ähm, muss ich erst mal hinkommen. Ich hab schon so im Augenwinkel gesehen. Das war wohl hier Leo und Vincent, ne? Kann das sein? Ah ja, das war auch eine traurige Geschichte. Da hatte mir noch einer was zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. In der letzten Folge. Ja, das hab ich gesehen. Ja, mit, äh, genau. Dass er das mit seinem Bruder auch gezockt hat und so. Und das auch, äh... Das wär natürlich das beste Ende irgendwo gewesen, weil bei den anderen Enden ist halt immer einer der... Oder... Was heißt? Einer der Verlierer. Ich finde, dann sind eigentlich immer beide irgendwo der Verlierer. Ja, definitiv weiter. Der eine, der tot ist und der andere, der übrig bleibt und halt, äh, ja, das gemacht hat. Hm. Weil ich glaube, mit einem umgebracht haben, lebt sich's auch nicht so leicht. Gibt's auch Lila? Oder auch nicht. Wiss man nicht. Ah! Äh! Mach wieder Blau. Blau ist angenehm. Ich kann kein Blau, oder? Doch! Blau ist der Weg. Schau, Rose ist auf der anderen Seite. Die Gate ist blockiert. Von etwas. Ja, ja, es ist. Von etwas Art und Weise. Oh, schau! Videogame. Maybe they're connected. Oh. Oh. Videogame, ja, ich freu mich. Oh, nein, Alter, ich bin nur hier der reinste Lappen, äh. What? Oh, WSD, oder was hier? Ich glaub, wir... Oh, alright, okay. Das ist cool, das... Ja, okay. Äh. Äh. Ich bin... Ich bin rot. Ah, jetzt müssen wir das kombinieren. Okay. Das ist cool. So passt es doch, ne? Achso, man muss immer warten, Moment. Ja. Ich dachte, Hacking wäre viel mehr kompliziert als das. Es ist nur ein Spiel, Cody. Ja, deswegen ist mal was Nettes, wo keiner verlieren kann. Ne, ich muss... Du... Merken, du bist immer grün, ne? Äh. Muss auf die andere Seite. Auf die andere... Da. Auf die rechte Seite. Ganz rechts. Achso. Ich glaub, das ist ein Hörner. Oder? Ach nein, der... Lächeln. Oh. Ach so. Ah, ja, ja, okay. Ja, gut. Erst mal Hörner-Nörner-Denken, ne? Äh. Ach, e-spam, 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 e-spam. Oh. Was? Ich drück das schon wie so ein Vollidiot. Ich weiß nicht, aber ich mag es nicht. Ich glaub, das kommt man nicht mehr hin an. Achso. Ich hab mir das schon gedacht, dass der olle Affe kommt. Hm. Der dunkle Seite der Universität. Well, wir sind auch ein signer, um zu retten Rose. Als sie Eltern... Wir... Aaaaah! Stop lieb! Ihr mission ist, um sie zu schreien. Aaaaah! Wir brauchen wirklich diese Tehr. Die größer, die besser. Der hat uns also beobachtet. Hohoho, der gibt dir Gas. Nee, der tut nur so. Was soll wir tun? In space? No one can hear you scream! Oh, for goodness sake, Cody! Don't be stupid, we're not in space! Just, where are we? Listen, Rose and I have played with her space toys so many times, I just need to find them! Oh, here they are! Hey, Cody, try this on. Oh! Is it snug? Wow! It works! What are you doing? Oh! Cosmic inflation. It's inflation theory behind the Big Bang! Just, stop it! Just turn it off! What? Amazing! Nate, just turn me back to normal! Do you want to get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation! And... Space boots! Define the laws of gravity! Okay, wie aktiviert man das? Oh Gott! Ich teste das einfach mal! Boah, das läuft an der Decke! Boah, das ist gerade richtig... Ich glaube, du kannst nur an diesen Dingern hier die... Hm... Boah, das ist gerade richtig verwirrend, ey! Das erinnert mich voll an Dead Space, Alter! Hallo! So sag du... Oh! Huch! Ich glaube, du musst... Irgendwas... Ach du Scheiße, jetzt macht sie so ein Doppelsalto mit dem Ding! Ich muss da ran! Aua! Ich muss das drohen, dann muss es umgehen! Hm... Ah, kann ich dann... Ne, ich... Ah! Letzte kleine Person kann ich drunter! So, kannst loslassen! Und du kannst einfach durchlaufen! Ich bin jetzt erst da drüben! Tschüss! Aha! Sieht ja lustig aus, ey! Diesen... geilen Botten da! Ich glaube, du musst die... Ah! Okay! Ist ja auch geil gemacht, ey! Herrlich! So schön, ey! Ah, hier kannst du, glaube ich, auch noch rein, ne? Ähm... So? Äh, da... Ach, da bist du reingegangen! Ja, jetzt hätte ich das auch erst begriffen! Hm... Ist jetzt noch was? Ah, noch mal ne Rakete! Diesmal fliegst du bitte... Äh... Flieg mal durch! We have liftoff! Okay... Haha! Nein! Lost in Space! Oh, das ist ne Kamera! Okay, wir müssen da ja... Ah, hoch... Runter? Ah! Guck mal, ey, das ist ja... Das sieht ja ultrageil aus, um nach unten hoch! Ja! Ist irgendwas... Guck mal, was ich gefunden hab! Minispiel! Muss runter! Irgendeine Zwischenebene! Ach, da! Genau! Einfach hier rein, okay! Öh! Ähm... Okay... Was wird das jetzt hier? What's all this about? Retrom-Spaziergang! Lande auf Plattformen, um sie zu erobern! Oh Gott, nicht sowas! Oh Gott! Uiuiui! Na, ich weiß ja schon wieder, wer verliert! Also von daher... Entspannt! Und... Ach du Sche... Ja okay, das ist jetzt echt schwer dann... Ach du Scheiße, ey! All... Oh Gott, ich war an den Würfel noch dran! Lust, Alter! Ist gar nicht so gleich mit der... Perspektive und so alles! Ne... Ja, nein! Das war zu weit! Ah, schon mal! Jaaa! Jaaa! Genau, Alter! Das ist geil, ey! Herrlich, ey! Meiner! Jaa... Ah! Ach, ich bleib' hier einfach stehen! Ah, super! Ja, das ist schon von selbst erledigt! Auch gut! Ja, das ist... Wiederspiel und Perspektive ist echt ein schweres Thema immer wieder. Keine Ahnung. Das ist ein komisch Geräusch, das ist nervig. Was mach ich? Nicht du. Achso. Manche haben, ich kann das auch nur so erzählen, wie mir das andere erzählt haben, sag jetzt mal. Manche sagen halt so, mit VR ist das für die einfacher, wenn die Sonne, das über so die Brillentechnologie da machen. Ich hab das selber noch nie getestet, deswegen weiß ich das nicht. Was ist das denn? Äh. Ups. Entsteht dann quasi noch dann jemals? Ja, nee, mit VR ist es, da hast du die 3D-Millen und seine Perspektive noch mit dazu. Was ja dem so jetzt auf dem flachen Bildschirm bei dem nicht existent ist. Okay, beginn's. Jetzt müsste er denn noch schwerer sein, oder nicht? Ins blau. Hi. Ja, ne, warte bloß nicht. Ah, ging laufen. Ah, Dinge sind cool. Das du einfach nicht warten kannst. Ne, kann ich nicht. Ich mach mich einfach. Ah, nein, war nicht schlau, war nicht schlau, war nicht schlau. Ja. Tschüss. Absolut zudem nicht dafür. Was soll ich jetzt aber? Ich komm schon rüber. Ups. Ja, der Bus war schon abgefahren, ne? Puh. Was meinst du das? Oh. Ah. Okay, jetzt muss ich auf dich warten. Da werde ich denn mal irgendwann rüberkommen, hier mit diesem Scheißding. Ja, schaffst du schon. Hey, spring rüber. Spring. Gut. Oh, buh. Du musst jetzt auf den Ball. Genau. So, und. Ja, du musst doch hoch. So. So. Ja, da muss ich dann auch wieder raufjumpen hier, oder wie sieht das aus? Moment, erstmal durch. Oh. Oh, es gibt mehrere. Tesla-Plasma. Pump jetzt. Ich will weiter raufjumpen, May. Oh, es ist tinklig. Als die Dinge noch beim Saturn oder so ausgestellt waren. Ja. Matimo musste die immer anfassen. Ja. Au. Oh Gott. Oh mein Gott. Du musst das runterschieben. Nach rechts schieben. Hä? Nach rechts? Kann ich gar nicht. Doch jetzt. Ah, okay. Das hing da fest. Ja. Huch. Hä? Warte. Warte. Ich muss... Ich muss, glaube ich, mal auf deinem Bildschirm mitgucken. Weil ich ja ne... ...Perspektive so anders ist. So, jetzt. Schieben sie mich. Nach oben. Nach links. Nein, nein, nein. Links, 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 links. Ich muss... Noch höher. Noch... Nein, nein, Höhe, Höhe. Nein, nein, nein. Links, links, links. Ganz, ganz weit links. Ganz weit links. So weit links, wie du kannst. So. Dankeschön. Ach, ah, ja, ja, okay. Deswegen, Saria, ich musste bei deinem Bildschirm mitgucken, weil es... Noch keine Power. Ja, perspektivisch ist das echt... Das ist schwierig, weil ich ja dann so ums Eck denken muss. Räumlich denken ist bei mir sowieso nicht so gut ausgeprägt. Oh, oh, das ist nett, dass man zum Ausgang teleportiert wurde. Ja. Ja, räumliches Denken kann ich relativ gut, aber das ist teilweise auch echt schwer. Ja, das ist halt auch dieser Frauen-Männer-Nachteil halt für die Frauen. Das ist ja wissenschaftlich auch bewiesen. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, die sind alle gleich. Nein, sind sie nicht. Es gibt auch Unterschiede zwischen Rassen, in Anführungszeichen. Ein Afroamerikaner, also ne, ein Schwarzer, sagen wir jetzt einfach mal ganz grob, hat der nur eine andere Körperstruktur als ein Weißer. Ne, das ist auch... Muss ich hier irgendwie... Ja, du musst auch über die Planeten zu dem weiteren Schieben und so... Ja, genau. Ja, genau. Diese Musik. Ja. Voll spaßig. Mhm. Ja. 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 Ja, jetzt musst du da rauf. Ja. Oh Gott. Ja dann. Viel Spaß. Muss da rauf. Ja. Über... Die Seite hier. Achso. Äh, okay. Hier muss ich dann, ja, mhm. Und ich darf dich dann rüber schwingen. So. Bist du bereit? abflug er muss früher klappen können du musst mit dem schwung abspielen glaube ich es wird sonst flug und flug muss ich darüber wohl nur bei denen oder er doch zu den kisten oder der da direkt dann doch hier dann warte ich muss mich erst mal anders hinstellen so so kannst du mit einfach darüber laufen die knöpfe dort die knöpfe die knöpfe die knöpfe wenn du auf das gelbe auf das peter und dann links oder oder genau kannst du da nee das ist du musst du musst von unten denken dass das ist oben wo du jetzt bist muss zur anderen seite wenn du auf die knöpfe springst du holst mir wahrscheinlich die schubladen hier raus also immer im zick zack die schubladen einfach rausholen einfach mal die knöpfe drücken zick zack jetzt den nächsten musst du schon ein bisschen beeilen nein so halten ja ja okay aber ich schwein gehabt Ja noch einer. So und jetzt kannst du wieder raufkommen. Musst du auf die gelbe Plattform, genau. Batterie ist eingeführt. Sehr schön. Ich würde sagen, mit dieser Aufgabe war es das dann für die Folge. Falls es euch hat gefallen, dann lasst doch ein Like da. Schaut auch bei Buggy oder bei mir, Hiski, vorbei. Wir sind jeweils in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.